Hallo, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Ich freue mich, dass so viele schöne, gut gebaute, unterschiedliche, aber eigentlich auch wieder gleiche Stühle aufgestellt worden sind. Menschen sind auch da und sitzen. Ich freue mich, dass ihr sitzt. Ich liebe sitzen. Was ich hasse, ist stehen. Ich hasse stehen vom ganzen Herzen. Es gibt nichts auf der Welt, was ich mehr hasse, als stehen. Ich glaube, ich wäre ein ganz schlechter Penis. Ne, ich freue mich wirklich sehr. Ich habe heute so richtig, richtig gute Laune. Ich weiß, mein Gesicht scheint darüber nicht informiert zu sein. Aber das liegt daran, dass diese deutsche Freundlichkeit, ja, dieses ständige, ständige Rumlächeln, das erfordert so viel Kraft, habe ich nicht. Habe ich nicht. Und macht Falten. Will ich nicht. Will ich auch nicht. Und immer wieder wird mir irgendwie gesagt, so Lisa, warum lächelst du nicht ein bisschen mehr als jetzt? Du hast so schöne Grüppchen. Am Arsch habe ich Grüppchen. Das nennt sich Cellulitis. Ja, wollen die immer meine Grüppchen sehen. Was haben die alle mit Grüppchen? Wollt ihr meine Grüppchen sehen? Ich meine die Vorderen jetzt. Ich habe nichts gehört. Wollt ihr meine Grüppchen sehen? Pech. Obwohl, ihr habt so brav Ja gerufen. Ich werde für Halteren, glaube ich, so eine Ausnahme machen. Ich werde meine Grüppchen zeigen. Dafür muss ich schon ein bisschen lächeln, glaube ich. Pass auf, ich kann das. Jetzt alle auf Bildschirm gucken. Ich kriege das hin. Wir haben ja Zeit, ne? Ist das anstrengend. Aber ich werde das einfach ab und zu mal machen, ja? Ich werde ab und zu mal lächeln, damit Stimmung nicht so ganz im Keller landet. Ich kann mich beruhigen. Es ist so, manchmal habe ich das Gefühl, als würde in meinen Wangen so eine Erektion eingebaut sein, ja? Also, das heißt, wenn es richtig geil läuft, dann werde ich immer mehr lächeln, immer mehr lächeln. Ich werde immer hier mehr Kraft haben, ja? Also, es wird Bescheid. Wenn ich nicht lächle, es liegt nicht an mir. Klappt immer besser. Ja gut, was wollte ich euch noch so schönes erzählen? Ich bin sehr gut in Deutschland intrigiert. Sehr gut intrigiert. Ich bin schon sehr lange hier. Ja, ich kann zum Beispiel sprechen Deutsch ohne Akzent. Kann ich. Will ich aber nicht. Ich finde das so viel lustiger. Ne, vor allem ist es so, dass du kannst direkt, wie soll ich das sagen. Du kannst direkt sehen, wie Menschen auf dich reagieren. Keine Ahnung. Ich glaube, der Deutsche braucht schon seine Schubladen, oder? So ein bisschen Schubladen ist schon gut. Da weißt du auch direkt, wo du dran bist. Ja, das ist wichtig. Und du kannst wirklich so direkt sehen, wie Menschen auf dich reagieren. Ich bin letztens zum Beispiel gegangen zur Sonnenbank. Also, ich bin so reingekommen zur Sonnenbank. Da hat eine deutsche Frau gearbeitet. Ich habe angefangen zu sprechen. Und in dem Moment, wo sie gehört hat, wie ich rede, ich glaube, sie hat in diesem Moment Deutsch verlernt. Sie hat ganz komisch angefangen zu sprechen. So, Sie kommen hier, machen das, drücken das. Ich so, wer Sie kommen? Die Russen oder was? Ich bin doch schon da. Nee, Sie drücken das, passen Sie auf. Und so, ich so, passen Sie auf. Ich war bei deutschem Kurs. Das war ein sehr guter deutscher Kurs. Vielleicht sollten Sie auch da hingehen. Gut, ich will mich auch bei euch einmal intrigieren. Dafür habe ich so ein paar Sachen mitgebracht. Ich habe zum Beispiel mitgebracht, ein russisches Instrument. Wer weiß, wie ein russisches Instrument heißt? Balalaika. Genau, das ist die richtige Antwort. Die falsche Antwort wäre Kalaschnikow. So, dann werde ich jetzt meine Balalaika rausholen und werde mich bei euch damit intrigieren. Ein Moment. Am besten ihr klatscht, während ich sie hole. Ich weiß, sie sieht ein bisschen aus wie eine Gitarre. Aber das täuscht. Das liegt nur daran, dass sie schon lange in Deutschland hat sich auch schon intrigiert. So, das Lied, was ich hier spiele, heißt Intrigation und handelt von Intrigation. Das Lied hat ein Intro. Also, ich beginne mit Intrigation. Weil Nachdruck kommt danach. Nachdruck kommt danach. Ich bin ja noch mal an 못, wenn sie noch nicht unbedingt werden können. Ich bin ja noch mal ein interimος. Ich bin für mich noch mal einer. Ich bin ja noch ein paar Jahre. Ich bin ja noch ein paar Jahre alt. Jetzt kommt das Lied, also lenkt mich nicht ab. Wer das Lied schon kennt, kann einfach direkt mitsingen, weil das ist nicht so schwer. Das Lied, also lenkt mich nicht so schwer. Ich werde mit dem Russen verlassen. Ich werde mit dem Russen sprechen, die von Ihnen auch bekannt sind. Babusche, Borsche, Vodka, Piva, Kalinka. Danke, so sprechen wir immer wieder. Es geht auch immer wieder zum Deutsch. Der Spruch ist sehr schwer, aber es ist sehr kompliziert. Ich glaube, es ist wichtig, dass ich mich in der Hand. Erstens hatte ich etwas kleinem Wort, Schatz. Vielleicht waren diese Worte fehl am Platz. Hände hoch, geht leer, kaputt Bitte nicht schießen, alles gut Mich hat sehr gewundert, wie laut Deutsche Nasen putzen Mich hat sehr gefreut, dass deutsche Männer Klo im Sitzen nutzen Deutsche Männer haben mich positiv überraschend Sie können selber kochen und sogar Geschirr abwaschen Mit der Spülmaschine Frauen sind emanzipiert und das sieht man ihnen an Manchmal kaum Unterschied zwischen Frau und Mann Sie tragen selten weiße Stiefelchen oder Mini-Rock Für meine Bruder und mein Vater war das der Kulturschock Kann man gut mitpfeifen, diese Melodie, oder? Ist nicht so schwer, glaube ich Muss man aber nicht Deutsche sparen überall, sogar bei Wodka wird gespart Morgens nüchtern, mittags nüchtern, das ist ja voll hart Doch trotzdem muss ich mich irgendwie intrigieren Also habe ich gedacht, muss erstmal Landessprache optimieren Und ich lernte jeden Tag und jede Nacht Und eines Morgens bin ich aufgewacht Und habe festgestellt, dass ich tatsächlich perfekt kann sprechen Aber ich habe nicht aufgegeben, ich habe wirklich weitergelehrt Jeden Tag und jede Nacht Und eines Morgens bin ich wieder aufgewacht Und habe gemerkt, dass ich habe Ja, ich bin so richtig, richtig Deutsche geworden Weil ich hatte plötzlich diesen sehr langen, sehr deutschen Satz in meinem Kopf drin Und der Satz lautete so Das vorhandene barrierefreien verbalen Kommunikation Durch präzise Artikulation hat für Integration der einzelnen Individuen Die höchste Priorität und Relevanz Dankeschön Deutscher Sprache bin ich mächtig Das ist in Deutschland ziemlich wichtig Ich bin Deutscher als Waltraut Denn ich esse Sauerkraut Und vor allem meine Nase putz ich sehr, sehr laut Und ich entwickle Sympathie Sogar zur Bürokratie Naja, geht schon Sogar zur Bürokratie Dankeschön Dankeschön, vielen Dank Gibt es bis dahin Fragen? Ne? Okay Ich habe eine Frage Ich habe jetzt echt eine Weile schon geduzt Ist das okay? Okay für alle? Ja? Kann ich mich duzen? Ja? Also ich werde gerne angeeucht, bitte Das finde ich schön Ja, also es ist wunderbar Gut, dann Ich werde jetzt nochmal ein bisschen erzählen Es ist folgendermaßen Ich weiß ja überhaupt nicht, wer ich bin Ja? Es ist so wirklich ein bisschen kompliziert Das ist so ein bisschen wie in diesem Buch Vielleicht hat das der eine oder andere gelesen Das Buch heißt Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Kennt ihr das? Ja? Weiß jemand, wer das geschrieben hat? Einfach mal reinrufen Wie hat das geschrieben? Precht? Es ist ein toller Autor Ich habe das Buch nicht gelesen, ehrlich gesagt Aber der Titel passt zu mir Ich habe gehört, das Buch ist auch in Russland erschienen Und heißt dort Wer bin ich? Und wenn ja, wie voll? Das passt manchmal auch Ja, woran das liegt Das werde ich euch dann jetzt versuchen zu erklären Wo soll ich denn anfangen? Von vorne, oder? Von hinten ist blöd Da versteht man ja die Hälfte nicht Also ich, ich sage es mal Also ich weiß nicht, was bei euch ist Ich habe Eltern Zwei Stück Eine Mutter und Achtung Einen Vater Voll krass, oder? Ne? Ich weiß, das hört sich sehr selbstverständlich an Ist aber heute überhaupt nicht so selbstverständlich Heute gibt es ja alles Heute gibt es ja auch Zwei Mütter in lesbischer Beziehung Oder zwei Väter Oder es gibt schon mal eine Mutter Und ganz, ganz viele Verdächtige Bei mir war das ganz klassisch Eine Mutter, ein Vater Und meine Eltern sind tatsächlich Russen, ja? Ich habe nichts gegen Russen Ich habe auch ganz viele russische Freunde Das ist es nicht Aber meine Russen Meine Eltern Sind sehr, sehr gläubige Russen Also die sind sehr, sehr gläubig Mein Vater glaubt zum Beispiel Er wäre Oberhaupt der Familie Meine Mutter Nicht Aber zusammen gehören sie tatsächlich Dieser sogenannten russisch-paradoxen Kirche An, kennt ihr die? Russisch-paradoxen Kirche Das heißt gar nichts Das heißt russisch Orthodox Genau, das ist richtig Russisch-paradox, das wäre auch was völlig anderes Keine Ahnung, was könnte das sein Vielleicht die Tatsache, dass es in Russland Tatsächlich eine Straße, die Demokratie gibt Das wäre russisch-paradoxen Ja, und meine Eltern Die sind sehr, sehr Wirklich sehr, sehr gläubig Und die haben mich auch sehr gläubig erzogen Und die haben als gläubige Menschen Ganz seltsame Gespräche Es kann schon beim Frühstück So losgehen, dass mein Vater Meine Mutter fragt Und Weißt du schon, wo du beerdigt werden möchtest? Was für eine Frage Meine Mutter sagt Ja, ich weiß Auf jeden Fall in Russland Dann sagt mein Vater Und Weißt du schon ungefähr wann? Meine Mutter Total gechillt Sagt Mach dir keine Sorgen Mein Schatz Ich gehe schon nicht ohne dich Meine Eltern haben mich halt Ja, sehr Auch Sehr religiös Erzogen Religion ist in der heutigen Zeit Ein bisschen schwieriges Thema Also so Ja, im Namen der Religion Werden auch viele schlimme Dinge getan Je nach Religion Vielleicht Aber ich weiß Jedenfalls ist es so Ich könnte ohne Religion nicht leben Also ich bin nicht religiös Aber meine Eltern Die sind so verschieden Die würden ohne Religion Keine fünf Minuten miteinander aushalten Ich glaube, fünf Minuten bräuchte man, oder? Damit ich irgendwann mal da bin Das wäre schade Wenn ich Ja gut, meine Eltern sind wirklich so verschieden Wie so zwei völlig verschiedene Wesen Von zwei verschiedenen Planeten Das eine Wesen hat Physik studiert Hat eine Bassstimme und ein Bart Das andere Wesen ist mein Vater Das klingt ein bisschen übertrieben Ist aber gar nicht so sehr übertrieben Meine Mutter hat keine Bassstimme Der Rest stimmt Und mein Vater ist genau Der ist eher so ein sensibler Typ Der ist halt Musiker Und so Der hat immer Angst um seine Hände Deswegen macht er Also Bohrmaschine Das ist das, was meine Mutter macht Meine Mutter macht Bohrmaschine Mein Vater spielt Instrumente Ja und die haben mich echt so Ja, ich bin in Moskau geboren Die haben mich in Moskau geboren War jemand in Moskau von euch? Mal ganz kurz klatschen vielleicht Damit ich weiß, wie viele in Moskau schon mal gewesen sind Ein paar, ja Moskau ist eine sehr große Stadt Also 12,2 Millionen nur legale Einwohner Die dunkle Ziffer ist dunkel Keine Ahnung von mir Von sehr viele Menschen Sehr viele Autos Und in den Jahren, wo ich da gelebt habe In den 90er Jahren Da war die Luft quasi auch dunkel Also ich weiß nicht Irgendwas stimmt mit den Abgasen nicht Also du hast es nicht so gesehen Die waren nicht so dunkel Aber du hast es gemerkt An den schwarzen Popeln In Moskau hattest du schwarze Popeln Außerhalb von Moskau War alles im grünen Bereich Als ich 15 Jahre alt wurde Hatten meine Eltern die Nase voll Die haben gesagt Es reicht, wir ziehen aufs Land Dann sind wir aufs Land gezogen Also nach Deutschland Und seitdem bin ich hier In Deutschland sind wir nach Aachen gezogen Aachen? Kennt ihr Aachen? Ja Aachen ist eine tolle Stadt Es gibt so Sie liegt ja direkt an der Grenze Zu den Niederlanden Und das hat gewisse Vorteile Es ist schön Du kannst in Aachen spazieren Also du kannst in Aachen Wohnen und in den Niederlanden Spazieren gehen Oder mit dem Hund Gassi gehen Das hat meine Mutter oft gemacht Die ist mit dem Hund Immer da Gassi gegangen Und dann einmal hat sie Diesen Hundekotbeutel vergessen Der Hund hat gemacht Und ja Was machst du da In so einer Situation Die war total hilflos Und hat sich umgeschaut Vielleicht hätte ja jemand Und da stand da tatsächlich Ein junger Mann Und die geht zu ihm Und sagt Entschuldigen Sie bitte Haben Sie eine Tüte? Der stand da so Hier Die so Nein Ich meine für Hund Hier Ich wollte mich schnellstmöglich Integrieren in Deutschland Das war mir wirklich Von vornherein sehr wichtig Und es heißt ja Das Wichtigste Für die Integration Ist die Sprache Aber ich würde das gerne Bezweifeln Ganz ehrlich Ich glaube nicht Dass die Sprache ist Ich glaube Das Wichtigste ist Dass seid ihr Für die Hinzugezogenen Das ist das Wichtigste Wir müssen Kontakt Mit Einheimischen haben Weil wenn du die Sprache kannst Aber nur mit anderen Migranten Sprechen kannst Dann nützt du dir Überhaupt nichts Kannst du dich nicht integrieren Und ja Ich habe aber Glück gehabt Ich habe wirklich gedacht Das Beste wäre Ich hätte einen deutschen Freund Dann hätte ich Seine Freunde kennengelernt Und dann hätte ich Seine Familie kennengelernt Die ganzen Sitten Und ich habe Glück gehabt Ich habe tatsächlich So sehr bald Meinen ersten deutschen Freund Kennengelernt Sein Name war Ahmed Und der Ahmed Hat einen türkischen Migrationshintergrund Aber der hat mich Super gut integriert Ja mega gut integriert Ich fühlte mich sehr sehr wohl Aber so nach vier Jahren Da habe ich gedacht Weißt du Achmed Ich glaube jetzt würde ich gerne Das Kopftuch wieder ausziehen Ich weiß Das hört sich ziemlich heftig an Das im Kopf da habe Ich habe das wirklich gemacht Ja das ist wirklich Das war für mich Eine interessante Erfahrung Ich war sehr neugierig Wie das so ist Und ja Meine Eltern Die haben völlig unterschiedlich reagiert Die sind ja so unterschiedlich Zum Beispiel Meine Mutter ist ja so ein positiver Mensch Die sind ja alles sehr sehr positiv Ja Die geht es immer überall gut Das nervt Meinem Vater geht es immer überall schlecht Das nervt noch mehr Meine Mutter ist so optimistisch Dass sie sogar glaubt Dass mein Vater auch ein Optimist Soviel er Pessimist ist Ja Und deswegen Die haben völlig unterschiedlich reagiert Meine Mutter Auf das Kopftuch Meine Mutter direkt so Ach das hat Vorteile Du kannst sparen Am Friseur Am Shampoo Und wenn du hast So lange gewandt Dann kannst du verstecken Zellulitis Oder du kannst verstecken Wenn du bist zu dick Und mein Vater so Und Sprengstoffgürtel Ich fand das nicht so heftig Ramadan war sehr schwer für mich Ramadan kennt ihr ja Dieser Fastenmonat Das war sehr schwer Das muss man sich auch vorstellen Wie man das überhaupt aushalten kann Ab dem Sonnenaufgang Bis zum Sonnenuntergang Darf man ja überhaupt Gar keinen Wodka trinken Das ist sehr hart gewesen Nach vier Jahren Hab ich meinen zweiten deutschen Freund kennengelernt Sein Name war Rainer Hab ich gedacht Rainer Mal was anderes Rainer Deutscher Und der Rainer hat mich auch integriert Ich hab ihn damit gebeten Und er hat gesagt Komm wir gehen zusammen Zu einer richtigen deutschen kulturellen Veranstaltung Zu einer Karnevalssitzung Wir sind also hin Also der hat gesagt Da muss man sich verkleiden Wenn man hingeht Das Verkleiden Hab ich beim ersten Mal sein lassen Ich hab mich einfach so bescheiden Wie es für eine Rüssin möglich ist angezogen Der Rainer guckte mich an Und sagte Wow cool Du gehst als Lotte Ja wir sind also hin Da haben wir ganz viele andere Mutten getroffen Und ich weiß nicht Ich fand das sehr Eine sehr interessante Veranstaltung Es war für mich Kulturschock Also wirklich Ich hab da Vor allem diese tiefgründige Tiefphilosophische Liedertexte Ja Das sind wirklich so krasse Liedertexte Ich hab drei Haare auf der Brust Ich bin ein Bär Ich hab eine Zwiebel auf dem Kopf Ich bin ein Döner Und während ich da noch stand Und überlegte Vielleicht gibt es da noch eine zweite Ebene Bei diesen Liedern Das kann ja nicht alles gewesen sein Haben mir so Menschen unter die Arme gegriffen Ja Und ich hab gedacht Ich werde abgeführt Ich so Was ist hier los Ich hab nichts getan Nein nein Wir wollen nur schunkeln Dieses Schunkeln Kennt ihr das? Schunkeln Schunkelt ihr auch? Jetzt nicht In der heutigen Zeit Das ist schwierig Aber schunkeln ist es Es ist Weiß ich nicht Wie ist das überhaupt Entstanden? Was ist das überhaupt? Ich stand da so und dachte Okay das sieht nach rechts Dann nach links Dann nach rechts Ein bisschen wie die deutsche Gesellschaft Aber Sonst Keine Erklärung Nee Aber es ist so Ich verstehe einfach nicht Wie das entstanden sein könnte Aber ich hab eine Theorie entwickelt Ich glaube ich Das war ursprünglich ein Walzer gewesen Den hat man bestimmt früher getanzt Aber irgendwann mal waren die Menschen zu besoffen Und haben nur so hin und her geschaukelt Ja Ja Besoffen Wovon? Der Rainer hat mir versprochen Da wird es Alkohol geben Aber nein Es gab nur Bier Ich musste das alles nüchtern ertragen Aber beim nächsten Mal Habe ich vorgetrunken Dann hat es auch richtig Spaß gemacht Glaube ich Also ich kann mich nicht so genau erinnern Aber ich glaube das ist ein gutes Zeichen Und dann hat es Also man hat bestimmt auch irgendwelche Dummheiten gemacht Normalerweise Weil man sich so nicht erinnern kann Und das war bei mir der Fall Ich war am nächsten Tag aufgewandt Und hab festgestellt Ich hab mich über Nacht Bei einem Karnevalsverein angemeldet Und dann ist mir klar geworden Dass es eine sehr ernste Angelegenheit ist Also wirklich so richtig ernst Es ist so Ich hatte das Gefühl Als wäre ich zum Karneval konvertiert Ja Als wäre ich so eine Sekte beigetreten So eine blau-weiße Funkensekte Und ich hab aber gedacht Mein Gott Du wolltest dich integrieren Also bleib doch einfach einmal drin Machst du alles mit Und ich hab alles mitgemacht Ich hab immer Allah gerufen Und überall Allah Allah hier Allah dort Die ganze Zeit Das war so ein richtiges Allah-Tourette-Syndrom entwickelt Hab erst dann festgestellt Das passt gar nicht überall Also in Düsseldorf Nicht Sowas weiß man ja nicht Ja gut Und nach dieser Zeit Also ich war dann irgendwann mal wieder raus Aus dem Verein Es war so Ich fühlte mich viel integrierter Aber auch so ein bisschen verwirrt Also ich hab wirklich Wie soll ich das sagen So das Gefühl Ich hab mir drei Kulturen geprägt Zuerst die russische Weil ich bin in Russland aufgewachsen Danach kam ich nach Deutschland Also kam die türkische Kultur dazu Und dann kam der Rainer Mit seiner deutschen Kultur Am Ende hab ich das Gefühl Als würden in meinem Kopf So drei Menschen leben Und das ist an sich ganz nett Man fühlt sich nie allein Aber es sind drei Frauen Also ich hab nichts gegen Frauen Aber diese Frauen sind in der Regel Ziemlich kommunikationsfreudig Also nicht nur in der Regel Sonst immer auch Also immer Das ist sehr sehr anstrengend Wir reden die ganze Zeit Ich wünschte manchmal so sehr Da wäre so ein Mann dabei So eine wie du Wie heißt du? Gerd So eine wie Gerd Der es dann spricht Wenn man den auch fragt Das wäre voll schön Hättest du bestimmt Spaß Mit den drei Mädels Ist das deine Frau? Und? Hättest du was dagegen? Wie lange seid ihr zusammen Wenn ich fragen darf 42 Jahre Oh mein Gott Krass lang Bitte Applaus Für mich ist es sehr lang Ich weiß nicht Und vor allem Du wusstest es auch Also du wusstest So der Mann weiß Es ist wichtig Männer So was muss man immer Jeden Morgen vorbieten Sonst gibt es einen anderen Stress Bei so einer Show Du kannst jetzt alle Männer Durchtesten hier Mal gucken Und wie lange müsst ihr noch? Wissst ihr nicht Was? Was die Zeit bringt Wie philosophisch Wunderbar Wunderbar Also ich hätte dich Gern dabei Mit den drei Mädels Wenn deine Frau Nichts dagegen hätte Aber es geht ja nicht Man kann dich nicht In einen Kopf Also ich habe im Kopf Die drei Frauen Eine Russin Eine Deutsche Und eine Türkin In einem Kopf Das ist wirklich sehr anstrengend Und wir halten uns Die ganze Zeit In drei verschiedene Sprachen Es gibt immer Verschiedene Meinungen Also wir müssen Immer alles so ausdiskutieren Und letztens Habe ich es nicht mehr Ausgehalten Ich habe gesagt Mädels Lasst uns einfach mal Ausgehen Einfach mal Party machen Was Was nicht so richtig Ja keine Ahnung Irgendwo tanzen gehen War die Russin Sofort dafür Sie war total begeistert Die Türkin War direkt dagegen Wegen dem ganzen Alkohol Die da getrunken wird Aber dann Dann haben wir Also Dann haben die Russin Und die Deutsche Die Türkin überredet Und dann ist es Wirklich Wir sind dann hingegangen Und es ist so ein schöner Abend geworden Wir haben die ganze Nacht getanzt Die Russin Und die Deutschen Haben sich volllaufen lassen Ist klar Und die Türkin Ja Die Türkin Hat uns nach Hause gefahren Ich meine Es hat Vorteile So ein Multikulti In einem drin Die Türkin Möchte auch total gerne Mit euch mal kurz sprechen Die Russin Habt ihr ja quasi schon gehört Und die Türkin Spricht auch aus mir heraus Ja Sie kann es Nur sie möchte immer Dass ich ein Kopftuch anziehe Das würde ich jetzt auch machen Ich werde ein Kopftuch anziehen Aber keine Sorge Ich habe auf jeden Fall Eine genetische Berechtigung Ein Kopftuch auf der Bühne zu tragen Weil ich bin tatsächlich mit einem Halbtürken verwandt Also beim Sohn Also beim Sohn Drei Uhr Weißt du Aber ein Uhr Nummer eins Verstehst du Okay Und Güzel Können wir alles zusammen sagen Auf drei Güzel Ich zähle bis drei Ja okay Eins, zwei, drei Güzel Maschallah Hast du sehr schön gesagt Ja schön gesagt Güzel kannst du aussprechen Wenn du nicht aussprechen kannst Güzel Kannst du auch sagen Gisela Aber Deutschland ist auch okay Darauf höre ich auch Auf was führe ich mich hier Gibt es hier jemand Der kann Türkisch Ganz kurz klassen Der kann Türkisch Okay gut Dann sage ich ganz kurz Was auf Türkisch Okay jetzt für alle Die nur Bahnhof Verstanden haben Es gibt wunderschöne Türkischkurse Kannst du hingehen Kannst du dann verstehen Was habe ich gesagt Bisschen albern Deutschland Okay gut Aber weißt du Warum nicht lernen Türkisch Türkisch ist nicht schwer Weißt du was schwer ist Deutsch ist schwer Deutsch ist auch Hab ich ein bisschen gelernt Deutsch Ich habe mir wirklich Den Arsch der Welt aufgerissen Um Deutsch zu lernen Ich habe mich sehr Zeugen gelegt Also ich bin Ich kann jetzt Richtig gut Deutsch Oder Ich bin doch Total schlachtfertig Oder Nicht Okay Darum durch Deutschland Dafür klarschst du Okay Ich muss dir sagen Ich bin nicht einfach so hier Ich muss dir wirklich Ich muss was ganz wichtiges loswerden Ich habe das Gefühl Du hast viele Vorurteile Über meine Kultur Ich habe aber deine Vorurteile Immer gesammelt Also zum Beispiel Du sagst Bei uns werden diskriminiert Frauen Glaube ich nicht Ich glaube Das stimmt nicht Ich glaube Bei uns werden diskriminiert Schiweine Weil ich stelle Du bist eine Schiwein Und keiner will dich essen Ja Das ist doch Ausgehänzung Wow Deutschland Schlimm Schlimm Und du liebst Schiweine Du hast so schöne Lieder Über Schiwein Kennst du deine Lieder Über Schiwein Nicht Keine Schiwein Ruft mich an Keine Sau Interessiert sich Für mich So schön Deutschland Aber ich glaube Ich glaube nicht Ich habe deine Vorurteile Einfach immer Eifrig gesammelt Und gesammelt Und aus diesen Gesammelten Werken Habe ich ein Lied Gebacken Also gesammelte Vorurteile Heißt das Habe ich ein Lied Gebacken Und ich werde Dieses Lied Kurs servieren Und mal gucken Ob es schmeckt Das hier ist Übrigens Mein Sass Türkisch Instrument Also Das Lied ist Ein bisschen traurig Aber du kannst Trotzdem lachen Und wir müssen Nachher über Dieses Lied Unbedingt reden Ja Also Bin ich 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 Nach Deutschland gekommen Hat mich Hat mich Ein deutscher Mann zur Frau genommen Deutsche Mann heißt Ahmed Manchmal 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 Ist Ahmed So nett Er sagt Kann ich Kopftuch Anziehen Wenn ich Will Und stattdessen Burka Anziehen Ich will Nicht Kopftuch Trage Sowieso Nur Für mich Weil Deutschland Deutschland Bis so Kein So fürchterlich Muss ich Kochen Aber Nicht Immer Nur Ich Achmed Auch Kochen Aber Eigentlich Nur Innerlich Will ich Eine deutsche Frau Sein Mit Allem Dürren Und Daran Manchmal Ich Träume Ich Fange An Der Uni An Will ich Arz Hinschutudieren Ach Möchte Mit Noch Ein Kind Probieren Deutschland 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 Guck Guck ich Heimlich Supertalent Find ich Schade Schade Dass mich Keine Kennt Kann ich So viel Schönes Machen Schatteriken Schatteriken Heckeln Heckeln Kochen Pusse Und solche Sachen Pusse Nisse Nisch Nur Frauensache Achmed Auch immer Machen Solange Ich Achmed Kenne Er Jeden Morgen Wallah Jeden Morgen Pusse Nseine Zähne Deutschland Deutschland Das Leben Ist ein Graus Deutschland Deutschland Bin ich Ein Star Hol mich Raus Das stimmt Alles Nicht Das sind Alles Nur Vorurteile Eine Sache Stimmt Der Achmed Kann Nicht Kochen Aber Das Find ich Gut So Ist Von Mir Abhängig Weißt Du Ich Erklär Das Ganz Kurz Was Du Auch Falsch Verstanden Hast Zum Beispiel Du Sagst Mal Hier Bei Uns Die Kopftuch Kopftuch Ist Untan Drückung Sagst Du Kopftuch Ist Untan Drückung Aber Kopftuch Ist Nicht Untan Drückung Soll ich Sagen Was Untan Drückung Ist Soll ich Sagen String Tanger Das Ist Untan Drückung Und Unterkneifung Schlimm Hast Du Probiert String Tanger Hast Du Probiert Ich Mein Dein Mann Hast Du Probiert Nein Aber Jetzt Habe Ich Trinktanne Es Zu Spät Oh Mein Gott Gut Aber Deutschland Ist Alles Ein Bisschen Anders Weißt Ich Müs Nur Sagen Wenn Ich Gehe Meinem Mann Hinterher Denkst Du Auch Direkt Über mich Opfer Gehe Gehe Bist Bist Du Schon Mal Auf Gedanke Komm Vielleicht Mache Ich Das Freiwillig Vielleicht Will Ich Ein Mann Kontrollieren Ich Will Genau Sehen Wo Der Hingeht Und Wo Hing Guckt Und Am Best Noch Ich Habe Zwei Schwere Tüten In Den Händen Und Wenn Er Einmal Falsch Guckt Gibt Bäm Auf Die Fresse Jetzt Bin Ich Gedacht Durchschnitt Gut Was Gibt Es Noch Ich Muss Sagen Ich Habe Mein Mann Auch Sowieso Der Hat Auch Am Anfang Alles Falsch Verstanden Aber Ich Hab Den Um Er Sogen Und Jetzt Läuft Der Achmed Am Schnür Ja Bei Uns Zuhause Alles Anders Was Bei Uns Zuhause Wären Von Mir Die Aleviten Gelesen Wie Das Passiert Das Zeige Ich Dir Jetzt Ich Ich Ein Lied Für Achmed Geschrieben Da Muss Ich Noch Anziehen Das Ganz Wichtig Eine Ghetto Kette Aus Meinen Arsch Und Eine Ghetto Brille Und Ich Singe Dir Ein Liebes Lied Was Ich Für Achmed Geschrieben Habe Und Das War Ein Sehr Schöner Abend Mit Euch Musik Bitte Jo Ist die Stimmung Deutschland In diesem Haus Bin ich Die Queen Zieh Die Schuhe Aus Was Glaubst Du Wer Ich Bin Ich Bin Nicht Deine Putze Ich Bin Dein Albtraum Ich Werd Dich Ben Nutzen Du Bist Das Abschaum Ich Werde Dein Gehirn In Die Waschmaschine Stecken Ich Bin Dein Big Brother Du Kannst Dich Nicht Verstecken Ich Verfolge Dich Ab Jetzt Wie Eine Politesse Ich Poliere Keine Möbel Dafür Hab Ich Deine Fresse Ich Trage Ein Kopftuch Weil Ich Es Will Du Bist Eine Kleine Maus Ich Bin Ein Reptil Ich Fresse Dich Auf Also Lauf Vores Lauf Du Redest Von Rollen Verteilung Ich Scheiße Drauf Hier In meinem Reich Hast Du Nix Zu Sagen Wenn Du Dich Mit Me Messen Willst Kannst Du Versagen Du Warm Duscher Teetrinker Du Sollst Mann Sein Du Bist Eine Lusche Man Zieh Dir Das Mal Rein Wenn Du Mir Nochmal Sagst Ich Soll Für Dich Kochen Dann Werd Ich Das Zu Fressen Machen Aber Hundeknochen Wenn Du Mir Sagst Ich Sei Unterlegen Oder Dumm Dann Dann Leg Schwer Dank Schmd Schla Gade Tschüss Spasiba